Hallo, willkommen auf Biba, ich bin Bika. In dieser Folge wieder ein ganz besonderes Video zu fahr, ist heute mein Lecker Tag mit 18 Jahren. In diesem Jahr bin ich mir Lecker Jahre 18 geworden. Im Februar war ich so ungefähr und heute bin ich mit euch Abschied nehmen, mit meinem Alter 18 Jahren. So, erstmal erzähle ich euch, wie meine Geburtstag morgen wird. Aber morgen kommt kein Video, Leute, deswegen nehme ich gerade, ich werde auch heute hochladen. Weil morgen habe ich es frei, morgen kann ich euch lagern mich zu filmen. Weil da einfach so viele Leute sind und die einfach im Internet nicht gescheit werden wollen. Deswegen mache ich dieses Video heute und die Lage ist mega hoch. So, jetzt erzähle ich euch, wie mein 18, ähm, mein Englisch-Burtstag morgen wird. Also, ich habe den Plan, dass ich ein bisschen Fotos mache, Musik mache, Tachenspiel vielleicht. Und vielleicht mit den Handelumhängen, zum Beispiel, da ich mal einen Kitzkopf, Kuchen essen, tun wir. Also, wir tun morgen alles, Leute. Und dann tun wir morgen vielleicht auch ein bisschen mit der Salem-Hom-Tour machen, zum Beispiel. Also, jetzt, weil ich Lust habe, mache ich morgen. Dann mache ich auch morgen Spiele, wo ich andere Sachen spiele, zum Beispiel, zum Beispiel, zum Singklamm spiele. Also, ich mache andere Sachen, Leute. Meine Kollegen sind gerade gekommen. Aber ich werde euch nicht zu zeigen, Leute. Auf jeden Fall werde ich morgen Wohn-Tour machen. Ich mache mich gerne, Itarac-Spielen und will nicht mehr machen. So, kann man einmal in die Samenfassung, also morgen den Tag hören, Also, Itarac-Spielen. Und dann haben wir Schenke bekommen, Leute begrüßen, so, alles, Leute. So, und dann wieder auch gucken, da ist auch ein Viggo-Bild machen, kann ich bei mir, kuchen, fotografieren, also alles mögliche Leute. So, jetzt fangen wir gerade los. Ich hoffe, ich kriege das Video beendet. Jetzt fangen wir eben einkaufen. So, deswegen will ich das Video des Beemten Leute, direkt mal im Spiegel. Leute, ich schneide euch Spiegel mal rein und jetzt sehen wir um später wieder. Ja, hier bin ich wieder. Eine kurze Info Leute, ich konnte die Video mit fertig reden, weil die beiden Kollegen hier mich gestört haben. Gib mir mal die Enkel hier, die Enkel hier, die Enkel. Ich würde sagen, die beiden Teile hier, also Gruppenablauf. Morgen werde ich mit meinem Zimmer aufräumen, weil ich wollte eigentlich mein Zimmer heute aufräumen, aber gerade die Zeit mit allem. Gerade wollte ich nur einkaufen, da muss mir nur eine UB geben, also UB, so Baumarkt. Da muss ich mir was kaufen, ja. Für den Absuch, aber ich werde euch nicht sagen. Auf jeden Fall werde ich morgen mein Zimmer aufräumen, weil es sieht aus. Es wird dann eine Bombe eingeschlagen, ja. Und jetzt bin ich morgen, so um 13 Uhr, werde ich mein Zimmer aufräumen, weil morgen muss ich meine Oma abholen, auch Frankenthal. Da muss ich ein bisschen raus, weil wo man Video sieht, muss man sie abholen. So um 13 Uhr, 30 Uhr werde ich dann mein Zimmer aufräumen. Mal gehen, weil sie Zeit mehr haben, weil ich meine Oma muss abholen, dann muss ich mein Zimmer aufräumen, ja. Ich weiß nicht, ob die Zeit reicht, Leute. Dann werde ich morgen vielleicht mal mein Bett machen, weil mein Bett frei gemacht werden. So muss ich ablaufen, Leute. Dann werde ich vielleicht mal Kuchen backen. Kuchen backen habe ich auch noch drauf. Einmal Käsekuchen, dann man muss Schokokuchen und Äpfelkuchen rein sorgen, wenn wir morgen backen, weil meine Mutter vielleicht heute oder Getter hat sich die Backen, weil ich dann auf jeden Fall wirklich morgen oder heute backen würde. So, morgen werden wir auch ein bisschen Liga singen, zum Beispiel, ja, weil ich habe mir Bock, ein Lied zu singen, Leute, weil die manchmal einfach an Geburtstag. Und deswegen, wie ich sage, ist heute mein letzter Tag in acht, zehn Jahren. Weil um 10 Uhr habe ich Geburtstag und ich hoffe, ich kriege keine Anrufe, Leute. Ich hoffe mal, weil ich bin immer auf Facebook oder auf Web Archiv, Leute. Weil ich mich so gerne anrufe, weil ich mich so gerne mal anrufe, sind für mich einfach, sozusagen, keine Erschuldigung, sozusagen. So. Ich bin immer mal gespannt, ob mir Leute um die Uhr schreiben. Ich bin immer mal gespannt, ich hoffe, ich kann in Ruhe schlafen, ja. Ich hoffe mal, und wenn die dann vom Einkaufen weg sind, dann fangen wir mal nach Hause, also beim Schlecht gefahren, wir gehen nach Hause, wie man eben da gesessen war, wenn man sich dann heimfahren, weil mein Papa fahren, wenn man gerade Auto gefahren ist, dann muss ich dann kurz gingen, weil ich besser Kappler Illermen, irgendwas ankelen kann, ich muss kucken, w GOKE, w�� wer Telekappler Illermen, wajte transcalkarmen, wajte Perskafe, wajte wajte posan keine Lewaler-B votum, wajte wajteロesen, wajte Schuhe painted anziehen. B嗎 Hardy kann gar nicht unter Kanonhey gehaben. Und dann muss ich morgen auch gucken, weil ich schön aussehen würde, weil morgen mir selbst wirklich cool ausTeam haben manipulation. Moment halfway Vielleicht muss ein Handtuch umhängen, weil es auch glücklich ist, Leute, um zu gucken, ob es ein Handtuch umhängen wird, vielleicht vielleicht rau oder blau, weil es muss damit mal jemand geben, wenn ich selbst und wenn ich gleich gut anziehe oder andere Sorgen habe, wird dann die Person mit Farbe für mein Handtuch sein. So, ich würde sagen, wir bleiben gerne in der Videobeschreibung, schreibt eure Meldungen in die Kommentare, wenn ich immer weitere Farben habe und Vorschläge gehabt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, vor allem in der Videobeschreibung.de und kommentiert die Kommentare. Schreibt die Kommentare, klickt die Kommentare, kommentiert die Kommentare, kommentiert die Kommentare, bei Mariko, wenn ihr Lärm habt, die Kommentare oben, wenn ihr eure Videobeschreibung habt, dann haut rein und dann sehen wir uns alle wieder. Euer Biber.